Wir müssten euch noch einen neuen Song vorstellen. Spielen wir heute zum ersten Mal zusammen? Im Studio läuft das immer ein bisschen anders. Sind wir meistens nie alle zusammen. Einer macht das, einer macht das. Und dann haben wir das noch nie zusammen gespielt. Aber ich nehme an, das ging mal hin. Der Song heißt Falling. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020